Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Family Dynamic Challenge zurück bei unserer wundervollen Familie Fuentes. Und wenn wir aus den Kalender gucken, steht heute der Geburtstag von den kleinen Luis an. Und ich würde sagen, das ist das erste, was wir heute machen werden, denn wir werden ihn älter werden lassen. Hier die beiden Mädels unterhalten sich schon super. Ich habe das jetzt nicht mit aufgenommen, aber die haben hier schon super sich um die Tiere gekümmert. Und waren wirklich eine große Hilfe. Also es ist wirklich cool, dass sie jetzt die Kinder auch mit auf den Hof mithelfen können. Uh, er kommt doch nur von der Haarfarbe mal her, oder? Ich glaube, er hat schwarzes Haar. Eins, zwei, drei. Gut, er ist unabhängig. Alle drei Kinder waren unabhängig, kann das sein? Ich glaube, alle drei der Kinder anderen, er hat auch braune Haare. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, und Kind Nummer drei ist ein Kleinkind fertig und gestylt. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal reisen. Ich glaube, ich reise jetzt mal mit Noah alleine. Ich will nicht gleich mit der ganzen Familie da anrücken. Und mal schauen, ob wir uns dann mal mit den Leuten dort anfreunden können, sie ein bisschen kennenlernen können. Mal sehen. Aber erst mal gehe ich mit Noah alleine hin. Und hier sind wir zu Hause bei der Familie Forest mit den beiden Katzen oder Katzen. Ich weiß gar nicht, ob es zwei Katzen oder zwei Kater waren. So sieht das Haus also im Winter aus. Interessant. So, wir gehen uns mal direkt freundschaftlich vorstellen. Geh nicht hinein. Bart. Oh Gott, hier sind Katzen. Ja, schön. Also, wie gesagt, der Speedbit kam mir dazu. Wenn ich es richtig hinkriege, das Montag hochzuladen, müsste der Speedbit gestern rausgekommen sein. Mal gucken. Wenn ich es nicht vergesse, kann ich ihn hier oben auch mal irgendwo verlinken. Hallöchen. Sind wir jetzt direkt bis Partys? Weil, ja, weil er ist ohne. Dürfen wir reinkommen? Ähm, ähm, klopfen wir an der Tür. Oh, das Jugendfest hat begonnen. Ach, egal. Das kommt noch oft genug. Ich hoffe, die Katzen flitzen schön rein. Ja, komm rein. Wir dürfen reinkommen. Sehr schön. Hier ist es doch auch schon ein bisschen wärmer. Sogar das Thermostat ist schon auf Form gestellt. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, stellen wir uns erstmal schnell den anderen Simpsen noch vor. Damit ihr die alle kennt und damit ihr sie bei Bedarf auch zu uns einladen könnt. Weil ich möchte ja auch, dass sie sich untereinander mit meinen Kindern dann anfreunden. Das ist ja der Sinn und Zweck davon. Ich möchte ja unbedingt, dass die sich ja alle super gut verstehen und beste Freunde werden. Und dass wir die Familie so richtig krass in unsere eigenen integrieren. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Und jetzt fehlt nur noch Annabelle. Wo ist ein Cain hin? Mit dem war ich eigentlich noch gar nicht fertig. Ich hätte eigentlich noch gerne ein bisschen weiter mit Cain. Ach, hier hinten ist es okay. So, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach... Sie haben mich jetzt in ihr Haus gelandet und wir sind eigentlich wildfremde Leute gewesen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie wir ihn hätten anders kennenlernen können. Du, nee, sorry. Wir könnten ihm Schrecken beibringen, über Interessen reden. Wir könnten ihn mal nach der Karriere fragen. Ihn einfach mal so ein bisschen kennenlernen. Und dann versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Was wir eigentlich schon sind. Weil wir haben gleich mit einer extrem krassen Beziehung gestartet. Und dann können wir ihn mal nach Hobbys fragen. Und dann halt mal so ein bisschen, ja, generell nach seinen Interessen halt einfach mal. Und kennenlernen. Damit wir auch die Fähigkeiten kennenlernen. Sehr schön, wir kennen alle drei Kinder. Und jetzt versuche ich auch nochmal Cain kennenzulernen. Apropos, ihr könnt euch eigentlich mal... Du kümmerst dich ja um den Garten. Ja, kümmert euch alle mal. Also Fähigkeit auf Bonn Kreativität. Fähigkeit auf Bonn Kreativität. Dann baut ihr mal ein paar Fähigkeiten auf. Okay, du. Ich kann es nicht so machen. Nicht so viel machen. Freundlich und dann nochmal kennenlernen. Großartiger Ruf. Oh, jeder nimmt gerne an den von Noah verschaltenen Gesellschaft Ereignissen teil. Da ist es nun einfacher wäre, ein solches Ereignis Gold Level Belohnung zu erhalten. Darüber hinaus hält er telefonische Vorschläge für spannende Gelegenheiten, wie zum Beispiel die Teilnehmer an Wohlkätigkeitspartys, Stellenangeboten für neue Karriere und sofortige Beförderung und vieles mehr. Falls Noah an Dates interessiert sein sollte, kann auch dabei Bonn Kreativität hilfreich sein sein. Bei romantischen Vorstellungen besteht die Chance, eine Beziehung mit erhöhter Romantik zu beginnen. Okay, interessant. Okay, wir müssen mal auf Toilette. Dann würde ich sagen, gehst du einfach mal schnell aufs Klo. Und dann bin ich schon mal ganz heavy, dass wir, dass wir sie schon mal kennengelernt haben mit Noah. Übrigens müssen wir uns echt mehr um Noah kümmern. Ich habe bis jetzt Noah total vernachlässigt. Ich meine, wir haben ja auch ein paar Ziele, die wir mit Noah erreichen müssen. Wir müssen hier Level 10 werden, hier Level 10 werden. Bei der Stickfähigkeit möchte ich ja auch Level 10 werden. Bei der Kommunikationsfähigkeit oder bei der Charisma-Fähigkeit müssen wir auch Level 10 werden, Leute. Wir müssen jetzt mal uns langsam ankümmern, um Noah hier richtig zu kümmern und seine Fähigkeiten, Wünsche und Bedürfnisse hochzukriegen. Weil ich möchte die Generation bitte erfolgreich abschließen. Deswegen werden wir dann wahrscheinlich nachher noch ein bisschen uns in der Geschicklichkeit üben. Oh, ich glaube, er geht jetzt zur Arbeit, oder? Er sieht so aus. Gut. Wenn Kane jetzt eh geht, dann würde ich sagen, gehen wir auch. Da müssen wir nicht länger hier rumgammeln. Und dann gehen wir auch wieder raus. Da haben wir die Familie jetzt kurz kennengelernt. Was mega cool ist. Und dann werde ich jetzt nach Hause gehen und dort ein bisschen die Fähigkeiten aufbauen. Weil das müssen wir wirklich langsam angehen. Wir brauchen Level 10 von der Geschicklichfähigkeit, damit wir auch dieses geheime Grundstück und Oasis Springs erkunden können. Ja, was wir auch bald machen, wir werden jetzt in den Urlaub fahren. Weil Noah hat als Wunsch oder als Aufgabe der Generation, dass man dreimal in den Urlaub fährt. Und ich würde es ganz cool finden, wenn wir über den Winter nach Sulani fahren würden. Ich werde dort irgendwo ein Ferienhaus platzieren. Und dann können wir dort zusammen als Familie Urlaub machen. Mal gucken, wann wir das einbauen. Also das werden wir auf jeden Fall einbauen. Ist doch cool, weil wir wissen ja, Nanami muss bald sterben. Leider ist das super belastend. Aber ich würde es gut finden, wenn wir vorher als Familie noch alle mal einen Urlaub zusammen machen könnten. Das ist auf jeden Fall der Plan. Das heißt, wir müssen mal kurz gucken. Also wir müssen den Urlaub vorher machen. Vielleicht können wir den Urlaub ja, wenn dann hier Noah, äh, Louis groß wird, dann haben wir dann drei Kinder. Das ist ganz cool. Dass sie den Urlaub dann vielleicht so über die Feiertage machen. Also so über Weihnachten und so. Damit wird die dann in... Es regnet. Wir haben nicht mal Schnee. In New Christ hatten wir gerade Schnee. Hier regnet es leider noch. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch Schnee. Aber dass wir dann vielleicht in der Wärme wirklich dann noch ein paar Tage verbringen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Oder wir machen es vorher noch zwischendurch mal sehen. Also wäre ganz cool, wenn wir vielleicht das ja noch alles zusammen mit einem Armini machen könnten. Und dann muss sie halt vor Noahs Geburtstag auf jeden Fall sterben. Was mega blöd ist. Ich möchte das gar nicht. Ich möchte das wirklich gar nicht machen. Ah, es muss sein. Es muss sein. Ich muss mir da nochmal was überlegen. Wie wir das machen. Vielleicht baue ich eine Geschichte ein, dass sie irgendwie eine Krankheit bekommen hat und dann sterben wird. Okay. Wir fangen jetzt an mit einem Spiegel. Ich möchte bitte, dass du ein bisschen was herstellst. Das können wir dann ja auch alles im Laden verkaufen. Und genau. Das kostet aber auch alles Geld. Wir müssen echt aufpassen, dass wir es nicht so übertreiben. Skulptur und dann vielleicht nochmal Messerblock oder sowas. Also wir müssen da mal schauen. Oh, du bist hier fertig. Und dann kannst du das noch fortsetzen. Genau. Dann müssen wir mal sehen, dass sie hier so ein bisschen die Sachen herstellt. So, Mausi, was hast du? Warum hast du so viel gespielt wieder? Nein, du möchtest unbedingt spielen. Okay, gut. Dann hol dir doch hier ein Spielzeug. Mit Spielzeug spielen und mit dem Dino könntest du spielen. Die Denkfähigkeit haben. Okay, das ist cool. Und du könntest dich eigentlich mal wieder mit deinem Freund treffen. Und zwar mit Imra. Den könnten wir mal einladen. Den können wir mal einladen, dass der vorbeikommt. Damit wir mal wieder ein bisschen mit denen weiterreden, weiterspielen. Sehr schön. Imran wird bald kommen. Wer, hatten wir nicht eine Gruppe mit Mac gründet? Die coolen Kids. Stimmt ja, ich wollte mich auch gerne noch mit Christi weiter anfreunden und sie noch in diese Gruppe reinholen. Dann müssen wir mal schauen. Fantasiefähigkeit erworben. Sehr schön. So, aber erstmal würde ich sagen, kommst du hier rein. Ähm, Fächer festlegen. Marke Gesundheit und Fitnessmarkt. Ich habe mir irgendeinen Mod runtergeladen, den ich nicht verstehe. Gut. Jetzt haben wir eine lustige Geschichte. Sehr schön. Noah hat einen Spiegel fertig hergestellt. Was machst du eigentlich gerade? Du gehst jetzt erstmal auf Toilette. Oh, ich sehe hier wächst aber schon das erste Gemüse. Oh, hier liegen Pilze. Wieso liegen hier Pilze rum? Die werde ich mal eben schnell verkaufen. So. Sehr schön. Oh, hier liegt auch noch was rum. Ja, das verkaufen wir erstmal schnell. Oh, ich freue mich, wenn endlich wieder Sommer ist. Danach kannst du bitte mal noch hier jäten gehen. Ich freue mich, wenn endlich wieder Sommer ist. Und, oder Frühling. Und der Garten wieder erblüht. Und wir wieder mehr Früchte, Gemüse und so haben. Und wieder mehr verkaufen können. Aber wir werden langsam wirklich, wirklich arm. Hast du jetzt schon die Skulptur hergestellt? Den Messerblock? Ich sehe den nämlich gar nicht. Ich glaube, das hast du gar nicht gemacht. Können wir wieder neue Kerzen herstellen? Wir könnten so normale Kerzen herstellen. Ohne Farbstoff, also so wirklich standardmäßige Kerzen. Was könntest du danach noch machen? Und du solltest das ein bisschen gefühlvoller schneiden. Was geht denn da eigentlich für eine Vieh? Ach, es gibt direkt eine Plummbinderfähigkeit. Oh, okay. Gesundheit. Oh, was ist denn los? Warum bist du geteiltes Leid? Wer fühlt sich schlecht? Fühlt sich, fühlt sich, fühlt sich im Rahmen schlecht? Wo ist denn der? Ach, der nimmt gerade bei uns eine Badewanne. Okay. Wieso fühlt er sich schlecht? Über Probleme, wir schweren rumblödeln. Wieso bist du traurig, Mausi? Komm, reden wir mal ein bisschen mit ihm. Level 2 der Herstellungsfähigkeit erreicht. Noah kann jetzt einen Esszimmerstuhl und einen Gartenstuhl mit dem Fabrikator herstellen. Außerdem kann er hergestellte Objekte verschenken. Okay, er ist nur angespannt. Können wir schon weitere Kerzen herstellen? Dann will ich da nachher mal gucken, wenn wir fertig sind. Oh, hier könnten wir auf jeden Fall noch eine Blummbase hinzufügen. Oh, die Qualität ist schlecht. Ach komm, dann verkaufen wir die direkt. Ich meine, bis jetzt wurde auch noch keine Blume von unseren Laden gekauft. Wir haben ja schon seit Ewigkeiten zwar ausgestellt, es wurde bis jetzt noch nichts davon gekauft. Drinnen eingesperrt. Ich weiß, du bist gerne draußen, aber du musst auch ein bisschen deine Sachen herstellen, damit wir hier auch ein bisschen vorankommen. Das ist auch super wichtig. Wir wollen ja auch Sachen verkaufen. Sehr schön. Okay, wir können immer nur noch eine hergezogene Kerze machen. Komm, dann mach doch mal eine zweite. Wir haben ja wirklich noch viel Zeug und danach würde ich mal versuchen, dass wir Gefühle halten. Freut mich, dass sich mein Lama-Wetz nicht langweilt. Ich habe das Gefühl, du verstehst mich einfach. Das ist sehr schön. Danach können wir versuchen, hier vielleicht mal ein paar Sachen zu verbessern und vielleicht... Oh, wir können hier richtig viel machen. Und sehen noch Teile für Sanitäranlagen. Okay. Kompostbehälter. Wandelt Abfall in Kompost um und reduziert den Wasserverbrauch. Kann spontan in Flammen aufgehen, wenn der Kompost nicht verbraucht wird. Und er muss folgendes verwenden. Das ist ja cool. Wir können mal Selbstreinigung hinzufügen. Wenn wir die Sachen verbessern, dann bekommt er auch automatisch ein bisschen Geschicklichkeitsfähigkeit. Das könnte mir wirklich angehen. Da setzt er versucht, mal nach und nach die verschiedenen Sachen zu verbessern, um vielleicht die Sachen auch noch ein bisschen umweltfreundlich hinzukriegen. Aber wir können hier auch so verschiedene Sachen machen, wie zum Beispiel H2O-Absauger hinzufügen. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber bestimmt coole Sachen. Okay, du kannst schlafen gehen. Ja, mach das mal. Du hattest jetzt wirklich viel Stress die letzten Tage. Dann kannst du auch mal eine Runde schlafen gehen. Und sie ist schon Level 10. Das ist richtig cool. Eigentlich der Sozialfähigkeit. Wir können aber noch ein bisschen mit denen reden. Über den Völkenschen Himmel reden. Über die Schule reden. Was ist das hier? Mag Fitness und Gesundheit und Mag Persönlichkeit und Entwicklung. Hast Gesundheit und Fitness. Oh! Jemand möchte unsere Sachen kaufen. Das ist sehr cool. Oh, das verschicken wir sofort. Überplopsy versenden. Sehr schön. Wir kriegen sogar auch eine ordentliche Stange Geld dafür. Wir brauchen noch Geld. Ihr seht es nicht. Wir haben gerade 814 Simoleons. Es ist wirklich wenig. Die nächste Rechnung kommt bald. Und die wird teuer. Ich meine, es geht tatsächlich. Das Gute ist am Winter, dass wir auch sehr viel Wasser bekommen. Wir könnten überlegen sogar, ob wir vielleicht einen Teil davon verkaufen, um ein bisschen Geld zu bekommen. Aber, ja, die Rechnung ist okay. Gerade weil wir auch Steuerberuhungvergünstigungen haben, weil wir irgendwas erfüllt haben, wo letztens so ein Prüfer da war. Das war eigentlich auch ganz cool. Und genau. Müssen wir mal schauen, dass wir mit Noah hier ein bisschen hochkommen. Eine Aufsprudlerfähigkeit gibt es auch. Das ist krass. Also, ich muss doch mal schauen, dass wir das alles ein bisschen mehr ausbauen und mal alles uns da so ein bisschen mehr angucken. Könnt doch aufsprudeln und dann die Sachen davon im Laden verkaufen. Das ist bestimmt auch cool. Anders bräuchten wir erstmal wieder ein paar mehr Früchte und so ein Zeug. Das haben wir nämlich leider zur Zeit nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich Eva auch in die coole Kidsgruppe einlade, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das wird so ein Mac-Ding, die einfach ihre Freunde dort einlädt. Ich würde sagen, wir laden auch mal Christi ein. Die kann ja auch mal vorbeikommen und dann können wir sie auch in unsere Gruppe einladen. Und ich hoffe ja, dass die Mod irgendwie wieder funktioniert und der Go-To-School-Ding ist. Ich habe ja eine andere runtergeladen. Ich weiß nicht, ob die geht, weil letztens hat sie nicht funktioniert. Ich hoffe, sie geht jetzt. Ich habe noch mal ein bisschen dran rumgemacht, also noch mal was verändert. Ich hoffe, es geht und wenn nicht, dann müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie anders hinkriegen. Okay, immerhin geht. Christi kommt, hoffentlich kommt Christi. Ja, da kommt mal hinten, ist die Gute. Oh, Zaya kommt auf. Das ist cool. Und dann würde ich sagen, begrüßen wir sie mal schnell. Und dann können wir sie auch direkt mal in unsere Gruppe einladen. Und dann können wir so eine coole Kinderfreundesgruppe machen. Würde ich mich drüber freuen, wenn wir das irgendwie hinkriegen würden. Das wäre sehr, 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 sehr schön. Und Zaya kommt gerade. Du kennst deine Omi noch gar nicht, ne? Na dann. Oh, du kannst sie nicht mal kennen. Oh, doch, kannst du sie jetzt kennen, ne? Du könntest mal nachher unten gehen. Und ich würde sagen, du könntest sie mal reinlassen. Hereinbitten. Komm mal her. Wo gehst du jetzt hin? Ah, genau. Du verschenkst, äh, du verschickst das. Sehr schön. Ja. Wir könnten noch eine überragende Spülung hinzufügen. Sehr schön. Jetzt haben wir 1041 Simulions. Das wird doch langsam. Kannst du deine Oma nicht kennenlernen? Du könntest sie aber mal kennenlernen. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt mal so genannt haben. Wir könnten mal über die Veränderungen der Nachbarschaft reden. Warum bist du wütend? Weil du müde bist. Du musst dich deine Schwester wach machen. Kann dich deine Schwester eigentlich ins Bett bringen? Ich glaube, das geht nicht, oder? Nein, geht nicht. Okay. Aber du kannst mal Luis in den Schlaf lesen. Das könntest du durchaus machen. Dann hör mal auf, mit Saya zu reden. Der Kleine ist nämlich wirklich müde. Und dann könntest du noch was für die Familie kochen. Weil wir haben wirklich nicht mehr viel. Wir könnten vielleicht sogar mal zusammen kochen. Und zwar können wir zusammen kochen mit Eva und Meg. Und wir könnten zusammen kochen. Ja, lass einfach mal so einen Selbstversorger. Einen Topf machen. Oh, sieh. Okay, dann muss Luis noch ein bisschen warten. Hört mal auf, Kinder. Und Luis. Okay, weißt du was? Dann gehst du jetzt mal selber ans Bett. Ja, du musst... Oh, er ist hier schon übelst ausgerastet und hat alles dreckig gemacht. Dieses kleine Agro-Kent. Ja, dann kommt mal alle her, Kinder. Kommt mal alle her. Ähm, Saya? Hör... Ähm, nicht Saya. Ich meine LJ und Eva. Ich hoffe, sie kommen alle her. Ja. Sie sind alle da. Oh, okay. Da bin ich jetzt gespannt. Das habe ich lange nicht mehr mitgesehen. Ups. Ich bin gespannt, ob sie alle mithelfen. Und ob Saya wieder alleine kocht. Äh, Saya. Nanami. Na, kommt her. Ihr macht... Ihr macht hier ja gar nichts, oder? Sie macht wieder alles alleine. Ihr steht... Ah, nein. Doch, jetzt machen sie was. Oh, ja. Sehr schön. Machst du auch was? Sie macht hier eine Schüsse... Oh, ja. Jetzt macht sie auch was. Wie toll. Mit der kleinen Fußbock und auch. Ist das so süß. Oh mein Gott. Ich komme nicht auf diese Süßheit. Klar. Sehr schön. Sehr, 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 sehr süß. Oh mein Gott. Ist das niedlich. Da wird sechs der Kochfähigkeit erreicht. Und sie ist Level mit... Äh, mit... Die Metall... Mentalfähigkeit, Lara. Danke. So. Du kannst dir dann auch einen Eintopf nehmen. Ein... Ein Gericht nehmen. Das ist cool, dass es sowas gibt. Was... Was steht jetzt da? Jetzt ist irgendwie so eine... So ein Gefühl. Zusammen kochen. Verbundenheit. Simpsi zusammen kochen. Bleiben zusammen. Ohne Essen würden wir nicht existieren. Essen lässt uns wachsen. Essen verbindet uns. Essen schweißt uns zusammen. Essen ist toll, wird an den Boden. Was esse ich denn? Ich hab schon wieder Bock auf den Ofenkäse. Hab ich ja das gestern. Ofenkäse. Mensch. Wer meint denn da Ofenkäse essen? Oder? Aber ich hab noch anderes Zeug. Und Noah, du musst nicht schlafen. Nimm dir auch was zu essen. Übrigens, Luis. Du solltest auch was... Oh gut, Luis. Ich muss mich hier um meine Kinder kümmern. Ich muss mich hier um meine Kinder kümmern. Komm nach unten, Schucki. Und nimm dir ein Gericht, bitte. Du kannst doch keine Treppen laufen. Du bist doch ein kleines dickes Kindchen. Ähm, du nimmst mal bitte dein Kind mit. Bist du schon unten? Du bist schon unten. Ach, verdammt. Egal, dann läufst du nochmal kurz nach oben und holst deinen Sohn runter. Sorry. Luis, hier absetzen bitte einmal. Äh, nicht hier oben absetzen. Du sollst ihn unten auch... Noah. Noah. Mach doch einmal was richtig, bitte. Wenn du ihn jetzt nochmal absetzt. Ich krieg einen Anfall. Ich mag meine Sims und ihr so. Gut. Du könntest das hier mal aufräumen gehen. Oh, was hast du? Gaumenfreude des Selbstversorgers. Oh, das ist bei Selbstversorgereintopf gegessen. Das ist per Gemüse geändert. Obst und Gemüse wird zu einem extrem köstlichen und nahhaften Mahlzeit verarbeitet. Die Mischung aus organischem Superfood und lokalem Anbau wird Nanami neue Lebenskraft und Energie verleihen. Das ist ja super. Okay, warte mal. Jetzt sind du dir... Nein, nein. Du musst nicht draußen gehen schlafen. Du kannst hier schlafen. Und jetzt nehmt ihr euch mal bitte beide noch ein Gericht. Saya, du kannst dir gerne auch ein Gericht nehmen, wenn du möchtest. Sie räumt halt einfach wieder auf. Saya ist so ein Engel. Immer wenn Saya da ist, räumt Saya bei mir auf. Jedes Mal. Sie bringt den Müll raus. Sie wäscht ab. Saya räumt jede. Saya ist wirklich so toll. Saya ist super. Ich... Saya ist einfach nur ein Träumchen von... Von... Von Oma. So, hier bitte einmal schlafen gehen. Und wenn dein Sohn aufgegessen hat, würde ich sagen, liest ihr ihn noch in den Schlaf. Oh, er braucht dringend Aufmerksamkeit. Okay, wir kümmern uns dann mal noch um ihn. Und ich würde sagen, Noah geht dann nach dem Essen ins Bett, weil er muss morgen wieder sehr viel herstellen und anderen Krimskrams machen. Deswegen gehst du mal bitte direkt schlafen. Und mit Nanami kümmere ich mich dann noch ein bisschen um den kleinen Fratz hier. Gut, ich würde mich jetzt aber von euch schon mal verabschieden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen noch einen wundervollen Tag und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Bye, bye!